Willkommen zu einer weiteren Folge Left 4 Dead 2 mit am Start der Thunder und der Ruhru. Hallöschön. Auf geht's zur Todeszone. Zombie Massaker. Schalalala. Mal sehen wie es diesmal wird. Ah ganz easy, gechillt. Wir sind trainiert durch Mass Effect. Ach, Mass Effect ist doch ein Kindergeburtstag gegen das hier. Obwohl. Hey, bei Mass Effect haben wir wenigstens Schilde. Das stimmt. Ganz ehrlich, so ein Ganzkörperpanzer-Energieschild, das wäre schon ganz geil. Ja. Rivalside. Genau. Das ist eine weite Strecke. Naja. Thunder? Wie hoch ist die Chance, dass du mich trägst bis dahin? Geregt. Ich hab einen Hexenschuss. Ach nee, ich find die hier. Du hast einen Hexenschuss? Oh, die alte Hände überall. Wo ist der Sniper? Wo ist der Sniper? Ähm, nehm ich die. Ich nehme die Sense. Die Sense? Na hier. Die hier. Wo hast du die Machete her? Na, die lag hier. Äh, roh, das ist keine Sense, das ist eine Machete. Nein, das ist für mich eine kleine Sense. Bleib nochmal stehen. Zack. Hä? Guck mich mal an und dreh dich mal nach links und rechts ein Stück. Links, rechts. Ach, sieht immer wieder schön aus. Da mach ich katzigen, katzigen und katzigen. Da müssen wir hier runter. Ja. Ja. Ich hoffe, dass ich nur meine Bräutpfanne wieder hinweist. Jetzt lass mich doch mal los. Lade nach. Vorsicht. Ey, die hauen von mir ab. Was soll denn das? Oh, die Stange brechen. Ach, meinst, der Knacher. Ach, jetzt, jetzt ist einer da, aber was? Was willst du denn da oben? Ja. Was willst du da oben? Mach dich her. Schwerke retten. Panda? Ich arbeite dran. Panda? Hallo? Ach, da oben. Warte, warte, ich komm hoch. Ich brenne, gehst du mal? Gehst du? Ich kann nicht. Was macht denn ihr hier auf die Dummheiten? Autsch. Autsch. Genau, wach nicht so doof. Hilf lieber. Du musst dir alles alleine machen. Du musst dir den Armsbracker alleine retten. Der hat kap... kap-bum gemacht. Es fängt Rohr an, die Kills zu klauen. Quark. Ich feuer drei Magazine auf den Chart. Ja, so Prechtzange. Rohr schießt nur einmal und das war's nur. Das nennt man Kameradenschwein. Ach, Quark. Ich brauche mal irgendwo eine Anstelle, die Rennkampfwaffe. Oh. Oh, ich nehme Tablet. Ich mache mal den Weg frei. Ich fänge fest. Jetzt schaust du mir mein Foto geklappt. Ich brauche den Kill. Ja. Ähm. Ähm. Wieder? Ja. Klaut ihr mir mein Smoker? Das ist ein Gründer. Ach. Ja, ist noch ein Adrenalin. Wieso, wieso schießen ihr mich immer? Machen wir doch gar nicht. Ach, nein. Ich schluss. Ey, ich bin ein Läd... Ich bin... Ey. Die Falle und Party. Ich bin da rein jetzt. Ich bin ein... Hier aufgelöst, ohne weg. Ah, ah, ii, ah. Voll die solche, Alter. Voll die solche, Alter. Schocki! Schocki! Ja. Vorstreck runtergefallen. Schocki! Ja. Jaube, ja. Ich rede nochmal noch. Statt. Da unten. Da vorne ist dein Schutzraum! Ist eine Pipeball? Äh, nee, Pillen. Bratpfanne! Warten du! Entscheide dich. Pillen, Bratpfanne, frei Haus. Pillen habe ich selber. Bratpfanne brauche ich nicht. Ich komme nur zurück für die Bratpfanne. Ich habe ein Messer. Hier ist noch Bummer, Kotze. Pillen. Ich nehme die Pillen. Hier ist nichts, was? Och, jetzt machst du noch die Tür zu. Schau mal. Jogu. Nein. Wie geil. Oh, wo? Nein. 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 Was? Hä? Klatsch. Oh, ich stehe in der Kotze. Da ist der Charter. Da ist das, was du ist. Entschuldigung. Ich muss erst mal heilen. Ich auch. Ich nehme auch eine Heilung mit. Nur für den Fall. Jetzt hören wir doch noch. Dann nehme ich die, die ist besser vielleicht. Fließt die Tür. Ich schieße gerade für ein Geräusch. Jetzt hör mal aus. Ich habe ja auch mal kein Leben mehr. Naja, ist doch so. Mann, ne Köter. Das war jetzt aber eine kurze Runde, oder? Ja, nur machen wir gleich weiter, oder? Dann machen wir gleich halt. Dann machen wir gleich noch mal den nächsten hinterher. Superkiller. 4 4 2 2. Naja. Wenn ihr mir die alle wegsnipet? Ach ja. Ja, du Cheater, du. Ja, meins auch. Mach doch mal die Tür auf. Nee. Nee. Die bleibt zu. Die bleibt zu. Junge, wegen euch habe ich ja auch schon, was weiß ich, fast 10% Leben. Jetzt, mach doch die Tür auf. Ich bin die Lady. Lady's First. Ich darf mal nachladen. Die bleibt zu. Wie oft noch? Ah. Die bleibt zu. Die bleibt zu. Die bleibt zu. Die bleibt zu. Hörst du, Homme? Jetzt bin ich draußen. Wir fallen irgendwie, die Tönern ewig auf und der Tönern geht nicht raus. Ah, kratsch. Moro zu fett und hing fest. Oh, gut, ey. Nee, da geh ich nicht. Nee, ne? Warte, was habt ihr denn? Ja. Komm her. Hier gibt's Waffen. Cool. Kommt hoch, komm. Zack. Katzing. Oh, hier ist der Vortrieb. Au. Nicht von hinten. Ich hab's auch nicht von hinten. Was haben wir denn hier schönes? Oh, 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 oh. Hier ist der Vortrieb. Es muss irgendwo eine Witch sein, passt auf. Schau, so heulen. Hier durch. Ich hör den Buh, ich hör den Splitter, mein' ich. Ups. Warte. Oh. Oh. Muss hier irgendwas sein? Ach, Licht aus. Warum? Weil du die sonst anlockst? Da ist sie, ich seh sie. Schnauze, du Hollboje. Ich musste nachladen, so was. Steht ihr recht. Ja, toll. Halbbomb. Wo? Wir müssen die Drücke aktivieren. Das sieht gefährlich aus. Das ist hier nicht noch was anderes? Ne, ne? Wir müssen noch mal pillen. Nehme ich. So wird's versiegelt. Schut. Darf ich? Wer, wer, wo, was? Ist das hier nicht der Einschalter? Ja. Hast du doch grad? Nö. Lade nach. Nachladen. Äh, das Ding ist gleich unten. Cool. Sie laufen. Mach das Brett up! Wo? Wo bist du von da? Au. Boah. Äh. Oh ja, klar. Lade nach. Macht Spass! Ja, wenn, 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 äh. Pöden, hier gibt's Pöden, falls einer braucht. Wo? Hier drinnen. Da. Wenn du deinen Arsch aus dem Weg nimmst, könnte das vielleicht nicht so gehen. Mach ich doch. Was war das? Ich muss weg. Ich muss weg. Ich durch. Schon Hand doch? Ja, da, ja. Irgendwo. Oh, nee. Noch nachladen. Wo? Wo? Wo lang? Autsch! Nicht mich! Nicht auf mich schießen, ja. Ich bin gerade im Kreis gelaufen. Da versätzt die Spocker in den Rücken geschossen. Lade nach! 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 Verarzte dich! Oh, hey Jungs, da! Lade nach! Oh, was? Wer war das? Wer war das? Was denn? Der Sauren stankt noch! Oh, er hinter dir! Oh, jetzt, Louis, jetzt, lass mich doch mal durch. Ich muss mich mal verortzen. Ich hab's ja wohl nötiger gehabt. Alter! Wow! Da fliegt vor uns schon der Tank in die Luft und dann ist der Charger immer noch nicht tot. Nö. Frische Luft! Oh, nein! Was? Rüchte Uhr! Was? Was rennt Snowpour? Man lucht immer erst raus, bevor man lucht. Äh. Gleich kommt ein Tank. Willkommen um euch noch. Du bist ja hin. Was? Ich hab' da mal wieder hin, Alter! Oh, ich glaube, was brauchbares ist. Gut, der Schuss! Da ist ein Schutzraum! Da ist ein Schutzraum. Hey, mag kein Tank hier? Hier war ein Smoker, oder? Ja. Obwohl, klar, dass du mir die wieder wegnimmst. In die Dienstabteil! Wie die killen! Brauch's mal dringend! Leg mich! Alle Mann hier rein! Macht mal wer die Tür zu! Ja, mach mal die zu! Macht die mal wer zu! Sind alle geheilt? Ja, warte, ich mache. Jetzt hören wir auf! So, gut. Gut gemacht. Geht doch. Sind doch gut? Äh, ja, das tut gut. Was? Ich hab nur kaum auf die Witch geschossen, trotzdem den zweiten Platz? Okay. Hm, hm, hm. Ne, roh-roh, wieder mit Kill-Klau und so. Ach, nein. Aber sonst bei den besonderen Infizierten. Ja, ja. Nein. Äh, ne, bei den normalen Infizierten, also 20 mehr als ich. Allgemein, der wartet, der guckt immer. Wartet, bis man genug draufgeschossen hat, dann meint er, oh ja, jetzt musst du beim, beim, beim. Ich höre, oder was? Was? Ne, ja. Mit? So. So. Äh, nirgends, weißt du, irgendwann ist... Hey, das ist echt nicht dazu! Genau. Du bist! Hör auf damit! Du bist! Du bist! Hör auf damit! Du bist! Du bist! Du bist! Weißt du, ich hab mich gerade geheilt, das kann ich mich gleich noch mal heilen. Jetzt hört er halt auf, bis einer Bein! Hör auf, weißt du, von! Au! Ne, großartig mit aufhören, aber das Album hört doch die auf noch! Ciao, auf, ey! So, jetzt muss ich mich heilen, toll. Und nun, was habe ich davon? Du hast gemächtigt, weil du die vergeudest, siehst du? Ne, weil du mal drauf mich schießt. Ja. 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 Ich hab nur meine neue Pfanne, hab ich gleich gleich. Ja, das brauchst du nicht zu zeigen. Meine Kinder. Hm. Ach. So, liebe Leute, das was wir tun wollen. Es wird gefallen, das was ein Kommentar hat. Aber noch mal alles. Wir haben uns zu sehen. Und zum nächsten Mal tschüss. Ciao. Tschüss.